So auf zu einer neuen Folge Wahrscheinlich wieder Burkutgarde Ja Auf 100% Burkutgarde Aber wir müssen ja erstmal ein bisschen vorankommen Und ich glaub nach dieser Inni da dann nur noch Utgarde kommt werden wir mal Endlich mal wieder ein bisschen questen denke ich ne Ja Biss in den Nordend rumlaufen, bisschen questen Biss im Nordend rumlaufen Genau Minst noch ein bisschen instantanweit Ja Das hat ja bisschen gehofft Ja den Leben musst du annehmen Ich hab angenommen Ja Schreibst nicht wieder auf mich Machst du jedes Mal Machst du ja Ja siehste 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 Ja Pum dich gleich Ja der Kann doch einfach mal annehmen Ne das annehmen Level 90 ist doch noch besser gehts noch schneller Marcel wird zwar dann keine Agro halten Aber das interessiert ja keinen Alter der wird doch gleich annehmen Der hat noch 5 Sekunden 4 3 2 1 Abgelegen Abgelegen Was ist ne Arschgelge Ne ne ich liebe es Die die am längsten in der Warteschleife warten müssen und die die zu doof sind anzunehmen Weiß ich zu lange in der Warteschleife machen die irgendwas anderes und dann achten sie nicht mehr drauf Ja aber du hast ja 45 Sekunden zum annehmen Du kannst mir doch nicht sagen dass du Weil du es nicht mitkriegst wenn du gerade nicht in WoW dann halt weil du irgendwas im Internet guckst oder was weiß ich Ja dann Also tu mir leid Oh Scheiße Hilfe Tschüss Mike Oh ganz knapp übernimmt Ja weißt du wie Ich bin hier ist so ne Zwischenablage wo so ein Rand ist Ich bin da kurz drauf gelandet und dann erst aufm Lift geklatscht he 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 Fuck wo seid ihr Da oben schon Ja Wat wo Da oben Bei den zwei Mobs Wieso bin ich nicht in die INI geportet worden Weil du wahrscheinlich der vom Fahrstuhl stand bist Ah ja Fahrstuhl ist ja auch ne Instanz stimmt ja Komm ich komm wieder hoch ich guck so hä Wo sind denn sie die jetzt hin? Ich bin da, alles wird gut, alles wird gut, zack, One Hit, hast du gesehen? Ja, abgelackt hat wieder Du kennst mich doch Killklauer wie im BG Was heißt denn hier Killklauer wie im BG? Gib dich gleich Killklauer wie im BG Du weißt ganz genau, dass ich besser bin im BG Ich dachte, das habe ich doch nie noch geschoben Ja klar, offiziell nicht, inoffiziell schoben Uh, Level Up, GZ 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 Hast du, er hatte noch keinen Level Up gehabt? Nee Nicht mal durch die Quest, die er dann gekommen hat? Nein Du bist aber ganz schön weit hinten gewesen Michi Der Ring Ja, aber ich habe den ja nicht an Achso, ich schon Aber mei Ja, ich bin sonst der Typ, der immer letzter ist beim Aufleveln Jetzt, jetzt können ich mich mal, jetzt bin ich Erster Ja, das machst du Ja, ja Wir hatten jetzt mal eine ganze Weile hinkriegt, dass wir alle gleichzeitig machen Ja, aber das ist auch Schwer hinzukriegen, muss er bedenken Ja 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 Das hast du falsch verstanden, Marcel Ich zieh den doch aus, sobald ich einen 9 hab Er lügt Aber ich zieh den wieder Aber ich zieh den wieder an Weil den sobald er einen 9 hat, 9 Accounts Nee, 9 normalen Ring Aber ich zieh den wieder an, wenn ihr mir wieder davonlauft mit den EP Ich sag's dir Könnt ihr gar nicht mehr davonlaufen, wenn du schon vorne bist Lügt doch nicht Ihr kommt manchmal Online, wenn ich gar nicht on bin Und grindet ein paar Mops Das ist ne Lüge Ich weiß das doch Das ist ne Lüge Das hat mir Thomas verraten Thomas Ja, jetzt völlig anders Aaaaaaah Alter So schlecht ey Au Ich hab Schaden bekommen Ja, der Drache ist gut Der Drache hat dich angespuckt Er hat sein Er hat sein Spit Makro ausgepackt Kommo Los Mehr Schaden Wie mehr Schaden? Übertreibst du nicht? Nein Nein Ich streike Verlangst zu viel Vor allem Der Mage Der Name Damage Hat er einfach bloß Arbeit gelassen und tritt Damage Guck mal die Gilde ne Hier Elvis Presley Hier Elvis Presley Gilde oder so'n Gelöd Was ist da los? Okay, das ist so viel Schaden BAM! 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 BANG! EI! BANG! EI! Weil ich mich halt selbst Weil ich mich halt selbst Ach, ich weiß was fehlt Das ist in der Leiste Was? Gefehlt was in der Leiste? Tut mir leid Perfekt Schon eingefroren Kann doch mal passieren, ne? Wir sind in Nordend Hier ist ziemlich kalt Das ist richtig So'n Nordending So'n Nordending So'n Nordending Alter, wie schlecht Nächste selber, ne? Haha Ich hab immer was Die Insignia angehabt Ja, das könnte einiges erklären Ja, das andere zündlich ist Geseitigkeit, ne? Ja, ja Das ist auch ein wichtiger Stat Aber Doch Doch schon Also eigentlich ist Vielseitigkeit in PvP Zumal in unserem Levelbereich Extrem stark, ne? Meinst du, dass das so gut ist? Das ist ne Tatsache Das ist ne Tatsache Ich mein das nicht nur He Hm Weiß ich nicht Das ist ja dein Problem Das ist ja dein Problem Ich sag's dir doch gerade Ey, das ist wie diese Sachen Die 100% wahr sind Und der so Hm Kann ja sein Weißt du? Bei mir draußen scheint die Sonne Und der nur so Hm Kann ja sein Ja Kann ja sein Ich geh mal eben A auf Klo Hm Kann ja sein Alter Bei Tatsachen sagt man das nicht Das ist nur der Quatsch Das ist nur der Quatsch Num 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 Kühles Fleisch Ey, wie 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 hab ich das Ding gehasst Ey, du hattest die Tasche Und sonst immer voll Kühlem Fleisch Mh Da war ich als Lederverarbeiter Ah Und das war einfach nichts wert Ja Das ist krass Das war halt Doch was wert Aber halt Ja Biscuit Du konntest ein bisschen Food herstellen Aber das war's Ich hab den Food für die Trinks genommen Kühles Fleisch Romanereck ist ja Damals haben wir so krass gewesen wie jetzt Ja, damals war das noch echt beschissen Aber damals hat es ja auch noch Anregen Ja, offensichtlich war das System halt Ich fand's nicht unbedingt schlimmer Es ist aber so halt für die Für die Leute die neu anfangen haben Das sind angenehmer Ja Mal gucken Anregen kommt ja wieder Das greift nicht Nö Mach's doch tot Nö Das Prinzip nicht Ah Jetzt könnte ich wieder Ein bisschen ausrassen, ne Ne, ne Jetzt könnte ich wieder ein bisschen ausrassen Weißt du wie Der sieht, dass wir einen Duiden haben Der sieht, dass wir einen Duiden haben Und bufft SDK Alter Spring doch eine Brücke runter Ja, dann backst du doch nicht Hat er noch nicht Hat er noch nicht Ich hab doch grad gesagt, dann buff du auf nix Michi hat er mich gebufft Klar hat er mich gebufft Klar hat er mich gebufft Was? Ach so, das ist Paula, der kann dir eigentlich nachgucken Sobald 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 Du bekommst Also was redest du das Kriegerstund Was Was Hä? Wegen der Meisterschaft zuerst, sobald du Meisterschaft kriegen kannst Ja Meisterschaft kannst du ja ab Level 40 kriegen schon Nein, du hast diesen Meisterschaftseffekt erst auf 80 Was? Meinem passiven Effekt Meisterschaft Ja, ich hab den passiven Effekt der Meisterschaft gibt erst auf Level 80 90 90 sogar Ne, ich hab den auf 80 Dass jeder 91 Mastery und 5% Tempo bekommt Hab ich ab Level 80 Da kriegst du mir erst ein Meisterschaft Hä? Kannst du nicht genau sagen Wie Ich weiß es nicht Der erste Pandaria Item Der erste Pandaria Gegenstand Und das müsste eigentlich 80 Cent Ja Ich guck das mal nach Später Später Irgendwann Ne, das ist ja jetzt Paula Ja, aber Blizzard war ja so schlau Dass wenn du die Fähigkeit bis hast Dass du nicht mehr siehst, ab wann du sie bekommen hast Überhaupt Das heißt, du kannst danach nicht mehr gucken Das ist so dumm Oder haben sie das mittlerweile geändert? Nein Na, siehste Weil du brauchst ja nur in dein Buch zu gucken Nein, haben sie nicht, siehste Ist so dumm, weil Wenn du mal was nachschlagen willst Wenn irgendwer dich was fragt oder so Kannst du ihm nicht mal ne Antwort geben Außer du hast das irgendwie Keine Ahnung Im Kopf Oder sonst irgendwo aufgeschrieben Oder sonst was Oh, das fällts ja neun Schauen, guck's da raus Du fragst Google Du kannst ihm bestimmt auch sagen Ich müsste mal öfter demoralisieren Demoralisieren mal rutschen, ne? Müsstest du eigentlich nicht jedes Mal machen, ne? Ja, mal MIDI-Gruppen auch noch mal Ja, mal MIDI-Gruppen auch noch mal Ne, wir haben noch vier Minuten Ablenkzeit Achso Ich hab grad vier zu schnell Ja Deine Schuhe Marcel Schnell hinter die Säulen Muss ich mir ne Säule mit Marcel teilen Was soll denn der Scheiß? Der bleibt da stehen Der Parler Ich kann Ich kann Wenn der jetzt umkippt Ne, der Baum hält den noch nebenbei Na, schade Ja Der Magier bleibt auch stehen Das sind welche, die haben angefangen zu spielen hier zu WOD Ach ne, der macht das doch nur auf HC, oder? Kann auch sein Da ist nämlich gerade gar nichts passiert Dann macht er das nur auf HC Oh Schade Die vereinfachen einfach alles Wow, die Axt Marcel Guck mal die Axt Das ist ne Axt Das ist ne Axt Das ist ne Axt Ich find die Axt aber geil Ich hab ein paar, paar Quests zu machen Cool so aus Marcel hat wieder mal zu schnell gemacht Das ist nicht schlimm Kann nochmal passieren Meine Axt Okay Hast du jetzt trotzdem genommen? Hast du jetzt trotzdem genommen? Ja Ja Int hat gewonnen, wieder auf 80 Entschuldigung 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 Warte Warte Klatsch Klatsch Wieso, ich lebe doch noch Die Frage nicht Sind wir da? Ja 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 Neue Hose Neue Hose Wieso krieg ich dauerne Hose Die ich nicht anziehen kann Weil ich ne Account Hose hab I don't know Wo geht's lang Wo geht's lang? Ich glaub der war irgendwie hier in der Burg drinnen Wie, hast du die Quest oben angenommen? Für Garrosh? Ja Teil mal Ja Ja Ähm Was ein Vollhonk Ich hab' abgegeben und nu Uh Der hier hat ne neue Wer? Was? Hier wo ich steh Hier wo ich steh Du läufst von mir weg Während du fragst wer was Das Jack passt nicht durch die Tür Ja hab ich nicht Hier der hier Ja die hab ich ja angenommen Du musst dir das abgeben Ach du musst gleich mit ihm reden? Ne Du hast die dort abgeben bei dem Oder hast du auch dort wieder angenommen? Ne ich hab bei Garrosh abgegeben Und bei ihm angenommen Ja Die haben was ja wirklich Und das interessiert uns nicht Das Jack würde durchpassen Dein Arsch ist zu fett So sieht's aus Genau So sieht's aus Ich hab' kein Ort Ratzko Alter Hahaha Yeah, Neuquests Ich hab' nur 15 in Nerubo Okay Uh, der hat auch nur eine Also der muss man mit diesen 15 Kisten tun Okay Neuquests Uh, Neuquests Das sind die hier Da haben sie ja nix viele Quests Warte Ja hier vorne ist auch nur eine Drinnen 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 Ich sag's ja drinnen Alter Putz dir die Ohren Nicht drinnen Sondern drinnen Ich sag's ja drinnen Alter Putz dir die Ohren Nicht drinnen Sondern drinnen Das ist Quetsch Das ist Quetsch Ja die kannst ja mal teilen Wenn du magst Danke Das ist vielleicht die hier reitet nach Tom Kai Hast du noch eine? Ja Gimme, gimme Danke So, Nü? Ja die komischen Fliegeviele töten Einmal hier in so Armand Einmal rum Die Neruba Das sind ganz viele von den Himmels verdunkelten irgendwas Ja die Neruba Oh Hilfe Da ist erstmal eingespannt Oh, 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 oh Alter das ist das ist ein Null ins Leben auch die noch kaputt machen Tüten heißt da und auf die Lärmchen Klatschen mit Mama ins Gesicht ja kann nie genug mehr über haben stimmt ich auch noch ein paar ist ein erober ein die aniel ooo war ein mist auch hier überleben auch nicht will auch noch kisten alter so viele kisten muss jeder jetzt sammeln ja meine fresse ist schon dass das dauern kann ist wieder so ein scheiß wie im krater von unguhrung als wir da so ewig gebraucht haben ich mag die quest jetzt schon nicht mehr also du wirst wieso verfehlen du stehst vor mir du spacko alter dann da ist so ein erober spacko der mich angreift ich hau dem 23 f ist fast tot auf einmal kann ich nicht mehr angreifen obwohl er vor mir steht kann doch nicht wahr sein ich habe 12 und ich sehe da oben noch eine glaube ich ja die hole ich mir noch ich habe 12 und ich sehe da oben noch eine glaube ich ja die hole ich mir noch 3 jetzt bin ich auf 13 um noch zwei nennen ging er trotzdem schneller als ich dachte ich habe noch eine gefunden alter lass mich looten sonst ich trete dir in die eier auch wenn du keine hast in die nerhubischen eier genau b der spawnd vertraut wenn ich sauer hier ist noch eine kiste alter werde ich jetzt schon wieder hier angepöbelt von diesen neruban dann geht man auch ab und dann sind wir auch schon wieder am ende aber erst mal abgeben hier ist eine quest oh was gibt es denn hier ich habe endlich neue handschuhe leute das ist sehr gut uh der hat eine neue quest für mich best übel so was aber haben wir jetzt schon alle abgegeben die wir angenommen haben ernsthaft das das ist eine sauberei das geile ich ich habe endlich neue handschuhe bekommen dann macht das jo ging recht fix heute ne kommt dann gar nicht so lange vor aber hat super fun gemacht nordend mal wieder auf jeden fall wenn dann auch noch die höheren kommen wird es wieder interessant auf jeden fall gut dann bis morgen jo tschüss tschüss